so weiter geht's hier in den ring im vulkan gebiet ja das ist kein aufzug der geht nicht nur ohne er geht nach oben ich hab das aber erst wie bist du wieder wenn man so hergeht und guckt mal da hoch dann sieht man das aller gut wenn man muss es halt einmal ausprobieren dann geht es vielleicht ok nach oben als uns macht es ja kein sinn du bist ja sinn sinnvoll käme ist ihn angekommen aber wo die hallo wer ist das wieder war irgendwie irgendwas in der hand wo er mit schaden anrichten kann einer von den prinsen oder hausherrn oder was der bewahrt oder 100 prozent immer der lehrt oder hat er von er liegt noch lud oder was die alles angestellt denn da willst du gar nicht genau wie sie kommt ich sage die heißen wie verrückt ja komisch was dem kugel bestimmt mit magie aber mal es oder irgendjemand auf der tisch hocken dich mit geschossen eindeckt und fünf war auch nicht schlecht ruhig hier schon dass er auch mal das von oberx damals wie man da vor jahren mal hier waren immer nicht sicher aber maxi wird man was mit denkt dass man das erwirkt steht kann man da überall hier oder das ist und der den eindruck abwege dass du da aber du auf die türme kannst du jetzt war jetzt nichts rum blitze aber ob wir mal klar man ruft stausen frei schnell noch mal achtung was der droht Die Schwachstelle waren zwei Füße, zwei Schuhe. Da hat er die meisten Schale eingesteckt. Ist das diese Schlange von Wann, mit der alle gesprochen haben? Auf jeden Fall haben sie mal die Farbe von der Kerze geändert. Das finde ich klasse. Passt halt auch besser zu so einem Lava-Gebiet rote Kerze, wie das hier, wie weiße oder so. Ach doch, guck mal, das ist eine Abkürzung. Das ist eine Brücke. Das hätte man besser nicht gemacht. Und das soll? Warum her schon da nicht auf? Imposant, ne? Guck mal da, die Käppchen ohne. Ach du Scheiße, das kann er überleben, der da drin war. Hundertprozentig, ne? Ich hoffe, die kühlt aus jetzt, langsam. Ah ja. Noch nicht drauf latschen. Ja. Aber war mir doch nicht. So, langsam. Alles klar soweit, ne? Geh mal von dem aus, dass hier die Kirche dann... unbewacht ist. Weiterhin. Wird der da vorne gestanden, oder? Da können wir nichts markieren. Dann machen wir die Lampe auch bitte. Jetzt musst du da noch mitmachen. Ja. Ja. Ja, das ist sauberei. Der ist da vorne, oder? Oh. Ach gut, nach JDG. Ach du Scheiße. Hör auf. Nicht in Deckung. Achtung. Weg, 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 weg. Der macht ernst. Nicht in Deckung. Scheiße, oh. Oh, 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 oh. Machen wir dir überhaupt Schade bei dem? Ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich schieße, oder? Ich kann nichts mehr machen, habe ich die falsch? Okay, Deckung. Ich kann nichts mehr machen, habe ich die falsch? Wir trinken heute noch einen Kaffee zusammen. Jo, wir haben eine Präsenz. Du darfst nirgends neu latschen her. Gut, da ist ein Feuer. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gute Leid, er hat 50.000 oder 40.000 Runen rausgekauen. Was ist denn mal, dass man da ein bisschen lebendsteigt? Ach, Gute Leid, ich ziehe da jetzt noch. Ach, du Scheiße, das ist ein Typ. Da haben wir schon mal gehabt irgendwo. Aber da war auch nicht so ganz so heftig, finde ich. So nach der Brücke, ich glaube, auf dem, ähm, was ist spät am Tag? Nein, nein, bis zum Morgen, nichts so spät am Tag. Im Dunkeln laufen wir da nicht rum. Äh, was war die Akademie? Ne, nicht Akademie, äh, Lehrsaal, glaube ich, war das. Was? Tempel von Aiglei? Sieh mal. Okay. Stufenaufstieg vorhin da. Warte mal, war's nimmer, Mann. Äh. Äh. Geist. Geist. Wenn ich die Arnie nicht dabei gehabt hätte, hätten wir alt als der Schlangen, Schlangen Amion, Amion. Ach du, wundere Säu. Läscher drin. Naja, das steht da schon eine Weile drin. Der Balk ist immer nur minimal. Haha, der FPÖ. Oh, ein Hebel. Und wir sind jetzt noch innerhalb von dieser, ich nenne es mal Kathedrale, das ist schon größer wie eine Kirche. alles ruhig. Ich kann dir nicht zeigen. Da muss irgendeiner von den Halbnackten da rumlaufen. Steckt die Wände irgendwo wieder? Gucken wir mal, ob ein Bild schief hängt. Achtung. Oh. 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 Oh, nein. 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 Keine Ahnung. War jetzt alles diese Rune, die da gelegen hat? Ja, wenn wir jetzt da runter springen, können wir das Pferd nehmen jetzt? Warten wir mal. Nein, mit Pferden ist hier gar nicht viel. Pferden ist hier nicht viel. Du musst dich jetzt aber nicht mit deinen Streiten durch, gell? Du nimmst dir das Ding. Ich wähle eine Schmeterlinge. Da ist noch einer, aber so. Hallo? Guck, guck. Umfingermedizin. Aber es wünscht. Nur ein heilloses Lava durcheinander. Da frage ich mich, wie wir da wieder hochkommen. Ach, da? Ne, das kann ja nicht sein. Und zwar da drauf, aber das war es dann. Super, ja. Da, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Und dann da, komm, und da ist ein Weg. Geht's außer rum. Einen geheimen Weg. Du bist die erste, wo das entdeckt hat. Mensch. Aha, ich glaub, das sieht man von oben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Den vermissen wir da. Au! Au, 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 au. Au, 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 du scheiße. Au, 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 au. Drona? Ach du Arschlucht gebladet Weg hier Oh go Passt die Dinger so Anna gibt Stoff Egal was es kostet Er wollte schon die D aufmachen Der Frisch Gott der Leid Hände ich da oben so einen Kasten da hingestellt Bekommst du es? Was war denn das? Was war denn das für Secret? Angst haben Das bringt uns ja nicht weiter da Das bringt uns beim besten Willen nicht weiter Schau mal an Das war auch nicht genug Da ist es zwar jetzt daneben Sieht so aus wie wenn da was wäre Ein Geheimgang oder was? Achtung Achtung Geht's aber noch ohne Da haben wir natürlich die Arschkarte gezogen Da kommen wir ja nicht mehr hoch Oder? Nein Da könnte man auch noch unten springen So in den Innenhof oder was das auch immer ist Am Rande des Hofes Da sind wir jetzt wieder auf dem Balkon Nein Jetzt sind wir nur da vorne wieder Aua 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 Also schaffen wir das so? Ist das hoch? Zu hoch für uns? Nein Es geht ja Guck mal irgendwie kommt man das Das bekommt vor Und jetzt? Kaput die Lampe oder was? Warte mal los Aufzug da waren wir noch nicht Wie? Ach komm nein Bitte nicht Es bewegt sich nicht Scheiße Da ist noch einmal ein Ausgang Falsch angefangen Jetzt Und da kannst du drüber Und dann Da ist die Brücke Okay War eigentlich jetzt da in der Kirche So oder? Wohl Das sei da auch gegangen War das? Da habe ich gar nicht gesehen Da ist unser Leuchtfeuer Aber wenn ich mich da jetzt hieße Dann kommt er gleich wieder angehobbelt Ich mache jetzt erstmal einen Cut Und dann Neue ich das alles wieder ein bisschen Zu rechts Und zu links Okay bis dann Macht's gut Okay da sind wir wieder Ich bin jetzt nochmal hoch gelaufen Um zu sehen ob ich da Ob das gewollt ist Dass wir da rüber gehen Oder Ob das jetzt nur Wenn wir es nicht Das schaffst Es ist mir egal Ob das Drecksding Bleib da Ach Gott der Leid Ist der schneller Oh und 5er Dunkelschmied Das ist doch gleich ein Stück Es scheint aber doch da irgendwie Sinn zu machen Eventuell Ach du scheiße Guck mal die Baden Baden da im Wasser Äh in der Lava Ich will es jetzt nicht vermiesen Aber Der kann doch drauf laufen Gibt es denn Der kann doch drauf laufen Ich will mich jetzt nicht Da oben sitzen ein paar mit Gift Das weiss ich Da habe ich gesehen Dann tropft schon die Nase Von lauter Gift Kommst du da rüber Oder soll ich zu dir Bleib doch mal da Bleib doch aus dem Dreckhauser Willst du da drin Wenn du das nicht Da jetzt runtergesprungen Gummig komme Du kannst da aber nicht hoch Ganz schön nicht hoch Nimm dich hier rein Wenn du wünschst Du bist schon wieder woanders Ach du schon Oder Broschen So Bleib raus aus dem Dreck Ich habe nichts mehr Okay Okay Wir müssen Ach du ist noch einer Ach du ist Mann Was die alles aus Alter Da ist Frosche Da versteckt die Warn Sehst du In die Lava Springen die Lava Du Dreckst Frosch Mensch ist da versteckt die Warn Drinnen Ich glaube es nicht Ich glaube es nicht Ist ja egal Wenn da jetzt Einen drin wäre Und dann Dann musst du nochmal Daher Und dann Da vorne Dein Hengas Wagen Willst du das Nicht unbedingt Okay So am Springer Wissen Jetzt Warte mal Da geht es Aber auch Neu Das Oh Habt ihr gewiss Der Adauto Ist ja Lager Guck mal Also das ist der Und Steinschwertschlüssel Prima Ja Ich schlafe Da Oh ne Das ist Der Aufzug Oder Was man da Reu Können Würde ich sagen Irgendwoher Okay Es ist alles Finster Nur das Tageslicht Kommt Durch dieses Fenster Das ist unser Brücke Okay Jemand Neu Und guckt Mich schon mal Um Besser Leiter Eine Strickleiter Okay Da kommt Mal vielleicht Dann Guckt Mal da Irgendwie Durch den Raum Oder so Wo Ach du Scheiße Ist das Anna steig Gut Den Nehmen Am Eugen Warte Bloß Bis Auf Krabbelst Kommt Da nicht Mal Wunder War Da Blöd Ist Dazu Ding Zu Bedienen Ah Wie ist das Haus Da hängen Da oben Ja Da Lassen Hängen Das Dankeschön Ist er da ist er ach der haut er gerade ja ok ich mache einen Cut mache ich einen Cut das ist das ok Okay, da sind wir wieder, ich hab meine Rune jetzt eingesammelt, 30 da, die lass ich so nicht liegen. Und ich hoffe, dass der da oben auf seinem Rundgang ist, auf dem Weg nach Uni. Ich muss jetzt einen Moment warten. Und da steht er da, oder was? Ne, der macht doch einen Rundgang. So ist er. Er läuft dann da. Er sagt, schnell ist er. Guck mal, wie der läuft. Ich geh mal ein paar Hickel da. Er ist verletzt. Das ist wegen dem Schwert, kann der sein. Warte mal, wo dreht denn der? Eh, wer dreht da? So langsam. Sieht ich nicht, aber ich hab Lust noch einmal da herzugehen. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße, ja. Halscht das aus? Weg, weg. Der hat explodiert. Warte mal, der stört mich auch noch. So, jetzt. Oh, ho, 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 ho. Haben die da neu gebrätert, ja. Oh, du Scheiße. Da muss ich... Das Schlimme ist, wenn das jetzt wirklich nur mal spielt. Also ich weiß das nicht mehr. Ja, warte, dem schmeiß ich ein paar Messerle neu. Genau. Ja, oder? Oh, ho, 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 ho. Oh, war Frucht, hat der dabei. Super. Hat da noch irgendwo was gelegen hier? Oder war ich da falsch gelegen? So, ach du Scheiße. Wie kommen wir denn hier? Kommen wir wieder hoch? Ja, und da sitzt er. Das sind die Oller. Warte mal, wenn er dich nicht bemerkt geht. Bürgerstirnbahn. Naja. Okay, das will ich mir gar nicht ankommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt misst man ja theoretisch von hier aus die Brücke sehe. Die Lampe steht wieder aus, oder? Nachdem wir die Lampe, oh ja. Natürlich die Frage, wo gehen wir denn da hin? Das ist ein Balkon. Ja und? Wo ist die Tür? Oh, da steht ein Wächter. Achso, einer mit dem Schwert. Verstehen wir schon mal nur diese Gewalt, diese Ruhe. Aber wir haben nur, die geht von dieser Seite sowieso nicht. Weil nämlich auch... Ja. Alles klar. Wenn wir gerade gucken. Ist er da? Nein, ne? Ach nein, Freunde. Da liegt ja auch noch was. Da muss ich ja wieder ganz außen rum. Kann man da durch? Nein. Da ist ein Aufzug. Aha. Ah, das war der Aufzug, wo wir... Genau, oh je. Ah, Moment. So, war das jetzt geleckert? Könnte man dann dort durch, oder was? Bin mir nicht sicher. Okay, aber wir haben den freigeschaltet. Das ist immer schon etwas. Oh, da fährt er noch weiter. Achso, wir sind zu früh rausgekriegt. Wir sind zu früh raus, hier. Das ist scheiße, ne? Da kann man nicht rufen. Ach, das ist dumm jetzt. Ich denke, warum halten denn da nicht? Da waren wir ja schon. Oh, das zieht aber ganz schön ab. Giftische Zeug. Da muss ich ja so eine goldene Farbe. Wie geht es eigentlich da hin? Wasser, das ist ja einer. Da hat er da, der Medaillon. Das ist die Königin, oder was? Bin ich doch immer gespannt. Der Aufzug, der Aufzug fährt jetzt ganz nach oben. Du kannst also ganz nach oben fahren. Und willst. Die ist verschlossen, die Tür. Aber hier... ...könntest du dir das auch später holen? Nee. Jetzt. Ah, pur pur. Dings, bums. Wir machen aber nochmal alles rum, oder? Da ist er warm. Du hast schon fünfmal dagegen gekloppt. Da ist nichts. Okay, da geht's runter. Alles klar. Prima. So, der Neu. Aber denkt dran, der Aufzug ist oben. Der Blosch, der Königin Blosch, der Stab ins Gesicht. Machst du magisch, dann ist er... Vielleicht merkt sie es auch gar nicht. Nicht doch raus. So. Da ist ja schon keine Kiste. Die Kiste wird ja... ...wird ja leuchten, ne? Ich kann schon die... ...die Anni wieder rufen. So. So. Puh. Weg ist er. Über 30.000. Oh, ne? Wir brauchen noch mindestens 50. Gibt's da aus, ja? Da liegt's auch alles Mögliche rum. Okay, da ist nichts zu machen, ja. Und mal Kohl, dann Skarabeus. Ja, aber noch was. Grieß ist groß wieder durch das Haus. Das ganze Gebiet. Gut, das ist ein... Oh, muss ich mal jetzt. Warte mal. Und das soll das mir wieder im Schluss sind. ...dass das diese geheime Pforte ist. Die geheime Pforte hinaus. Wäre möglich. Ich höre doch was. Machen wir auf. Das ist es. Wetten. Nimm doch Wetter. Ne, das ist es nicht. Was ähnliches, aber. Puh. Wo ist ein Wester? Und da ist ein Ei. Oder was das ist. Bät denn das Ei an? Wie lange beten, in dem Spiel. Warte mal, ich probiere. Was ist? Oh, ich habe keinen mehr. Das ist scheiße. Gut, der rät sich aber auch nicht, oder? Nimm den Bogen, komm. Gucken du jetzt. Okay, da hat das nichts her. Ich kann nicht do es. Aber wenn ich nicht auf die Null so schaue. Jetzt kann ich do es. Nee, der ist zu blöd dazu, oder? Ach, doch nicht. Ich kann den aber nicht markieren. Muss das so machen, sonst bin ich dem hilflos ausgeliefert. Danke. Okay, okay, du huschen. Bleib stehe. Gibt's das? Okay, langsam. Da liegt einiges rum, hier. Flangenmenschen-Asche. Oh, die kriegst du auch. Ah, geht zu der Kategorie Gotherick Mannen. Okay. Ah, jaja, ne? Oh. Ein magisches Reptil ist das, oder? Schimmelpilze vom Kopf, oder was? Oh. Boah, du Scheiße. Was der Aushalt. Schimmelpilze hier, Schimmelpilze her. Ausweichen gilt nicht. Vulkanstein. Wer ist denn das da? Da ist doch noch irgendwo, da muss doch einer rumhängen, wo der so stöhnt, ja. Ah, ja, ja. Ich komm schon. Aus der Reihe abscheid, dass da... Ja, au. Ja, au. Die Artgenosse, da ziemlich viel Unsinn treiben, in dem... Ich geh auch noch, wo es da hier geht, ja. Und du gehst da vorne hin? Du gehst raus. Ich will bloß wissen, ob man jetzt dann von vorne her... Ah, ne, da ist ein Balkon. Ach, du Scheiße, ein Teleporter. Ach, du... Du kriegst dich, die Neunen nicht, oder wie die hessen. Okay, ich mach erst mal einen Cut. Und steig dann da wieder euch, ich muss mir Entscheidungen treffen, okay? Okay, macht's gut, bis dann.